Na und wie wird's? Wo willst du jetzt hin? So wollen wir wieder alle rüber gehen? Ja? Na los, der Rest der Mannschaft. Du möchtest lieber in der Küche bleiben? War es da gerade lecker in der Küche? Ja? Maggie und Emma fanden es auch gerade lecker. Gut, jetzt sind wir aber fertig hier. Huscht mal rüber. So, lauf mit, Piet. Ja, ja, alles fertig hier. Lauf mit. Na komm. Hoppi, 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 wir haben fertig in der Küche. Du hast hier noch nicht fertig? Nein? Du meinst, du möchtest noch bleiben? Dann werden die anderen auch alle wieder kommen. Na gut, dann macht ihr mal, wie ihr wollt. Zacki, Mäckchen, du bist da umgefallen? Okay. Mal gucken, wer mit rüber kommt. Eins, zwei, drei, Ende. Pietti Mausebein. Da bist du. Ja, siehst du. Der Galle wollte schon mit hier spielen. Ja, findest du noch ein bisschen gruselig? Guck's dir an. Na komm, trau dich rein. Galle, dann müsstest du die Tür aber mal wieder freigeben. So, komm. Du sagst, ohne spielen kommt er hier nicht rein. Prima, Pietti Maus. Ja, Horchel. Pietti, Katti und Pipfi. Hm? Die lernst du aber erst morgen. Ja, findest du spannend? Findest du gruselig? Oh Gott, wo machst du denn hier, Knutscherei? Ne, das ist jetzt nicht mehr Peach, das ist jetzt Maggie. Ist dir egal, ja? Maggie soll auch spielen. Na alles, komm wieder rein. Die Pieper machen nur Krach. Die sind schon in ihrer Hütte. Guck mal, der Kalle holt dich ab. Na, komm gucken, komm. Ja, super. Ja, prima. So, siehst fein. Hallo, das war die Nase. Guck, da ist Kuschel, Baby. Lass mal die Mundi, Kalle. So. So, ist fein. Okay. Ja, genau, deine Decke, ne? Ne, Kalle, das ist die Decke von Peach. Hm? Ich packe ihn jetzt mal in sein Körbchen. Und sein sage ich immer, Peachy, du bist ja ein Mädchen. Entschuldigung. Ich vergaß grad. Ja. Okay. So, mach dir mal erstmal da ein Kuschelbett und dann kannst du gucken, wo du hin magst, ne? Du findest die Pieper noch ein bisschen gruselig, ne? Hm? Pass auf, dann stellen wir mal dein Bettchen noch woanders hin. Schwuppidiwupps. So, was hältst du denn davon? Da ist besser, ja. Weg von den gruseligen Piepern. Von den Gruselpiepern. Hm? Die sind aber alle ganz nett. Aber die musst du heute noch nicht kennenlernen. Nein. Hm? Gut. So. Dann macht jetzt mal jeder so ein bisschen sein. Okay? Der Kalle wird dich noch ein bisschen anflirten. Der Kalle macht sich sehr schön. Ja. Okay. Macht ihr prima. Und ihr? Haltet euch erstmal raus. Ja? Nase. Was denn das hier? Die zwei schwarzen Mädchen auf Kalles Schlafsessel. Hm? Na, war es ein Glück, dass der Kalle erstmal noch mit Flirten beschäftigt ist. Kalli, dein Sessel ist besetzt. Tja. Räumen wir nachher wieder frei, ne? So, Pitsche-Bär. Pitsche-Mause-Bein-Bär. Ja. Oh, wie seine Knuffi-Nase. Knuffi-Puffi-Nase. Gut. Dann kommen wir jetzt mal alle ein bisschen zur Ruhe, ne? So, ist nicht fein. Ah, bist du wieder runter? Okay. Was hat mich schon anges mulher. Hos ge holidays. keeps interessant. Und dann vom Teuchel machen unter finns.